Wir sprechen die letzten drei Ehrenzellen von Klaas Ralf und Olaf. Wir müssen hier den ganzen Laden schmeißen. Wir müssen drehen, wir müssen laufen, wir müssen atmen, wir müssen die Augen auf und zu machen, hören, spüren und warm und kalt. Wir haben den Arsch voll zu tun. Und du hinterfragst, wo das witzig ist. Das Humor-Zentrum ist jetzt gerade nicht der wichtigste Bereich, den wir hier bedienen müssen. Klaas, hör auf, Alter! Hör auf, das sollst du nehmen. Das ist nicht mehr witzig. Hör auf, das sollst du nehmen.